Alle Einheiten, alle Einheiten, 1199, Einsatz, Code 3, Beken, Lärm, Klinik. 1,8,4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1,8,4. Tut mir leid, die Hektis. Ich weiß, Sie kommen gerade von dem Fall, aber ich fürchte, wir... ...einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Quote. Einheiten sind schon da. 1,2,1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizodoktor, der seine Patienten zerhakt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal. Trotzdem, irgendwie unheimlich, oder? 1,2,7,1,2,4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt es eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 1,8,4. Was ist da los? Over. 1,8,4. Ja, kommt es mit einem, dass es die Kassel ist, der das noch klappt. Gibt es irgend... Oh! Verdammt! God! 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 Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, dass Pferd sich dann da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal oben. Ja, und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge der Evil Within. Ja, ich bin mal gespannt. Der Ton ist extrem leise, ich verstehe das nicht. Ei, 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 ei. Keine Waffen mehr in den Autos. Hier sind irgendwie gar keine Polizisten, ne? Kann das sein? Okay. 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 Wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das ab. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Hast du das gehört? Hier lebt noch jemand. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ich bleib bei Ihnen. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Was bist du? Was ist das? Vielen Dank. 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 Sehr gut. Vielen Dank. Wie komme ich einer named Dude vorbei? Alter, wie... Wie... Wollen wir mich verarschen oder so? Wie zur Hölle soll ich an dem Dude vorbeikommen? So, Schlüsselwaren... Okay, gut... Okay, gut... Wow... 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 Ja, an der Stelle würde ich sagen... Vielen, vielen Dank... Vielen, vielen Dank für's Zuschauen... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschau... Tschau...